So, auf dem Weg in die andere Halle sind wir zufällig aneinander geraten. Daniel Struller, deutscher Meister, Gesamtsieger auf der FIBO, Bestbody-Athlet. Dein Eindruck zur FIBO? Brutal, viel los, viele Leute, gigantisch, sehr groß. Ich bin gestern mal bei dir vorbeigegangen, bist du überhaupt nicht zum Klogang, zum Essen, zum gar nichts gekommen? Nein, für den Klogang braucht es eine Dreiviertelstunde, also das war heftig gestern, war alles dicht. Wie geht es weiter für dich, was hast du geplant? Deutschen Meistertitel hast du, international wird es in Richtung Profi? Ja, in Richtung wäre es gut, wenn es laufen würde oder könnte. Wir haben vor, die Arnold-Klassiks zu machen im März, nächstes Jahr, hier in Columbus. Und da werden wir jetzt mit der Aufbau-Diät oder Vorbereitung anfangen und dann machen wir die Arnold's. Ja, danke schon mal, das war es auch schon. Danke auch, vielen Dank. Danke sehr. Sag noch mal kurz, wie hast du den Andrang gestern empfunden als Athlet? Wie hast du die Stimmung der Zuschauer empfunden? Gigantisch, also es war wirklich die Hölle los, aber darum sind wir ja hier. Viele Fotos und so war einfach ganz gigantisch, wirklich. Es war zwar ein bisschen stressig, aber dafür sind wir hier, ganz klar. Das machen wir gerne. Vier Tage Stress, dann können wir wieder schlafen und essen. Ja, ganz genau und essen vor allem, ja. Alles klar, ich danke dir. Danke auch. Geh zurück. Alles klar. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal zum Training irgendwie. Okay, gerne, danke. A-aris hone. Wir sehen uns endlich mal. Wer-Tienen geht.